Mit dem nächsten Schlag werde ich das hier beenden. Von wegen! Das kannst du vergessen! Wir sind hier noch lange in Entschuldigung! Kavlaski steigt wieder an! Nicht zu fassen, das ist doch einfach unmöglich! Halt dich besser gut fest, denn jetzt könnte es für dich vielleicht etwas stürmisch werden! Das Licht ist voll schön, ne? Ja, das funkelt so schön! Ach du Scheiße! Was veranstaltet die denn da schon wieder? Das ist Kavlaski, das wie ein Laser in sämtliche Richtungen strahlt. Damit spielt sie buchstäblich ihren letzten Trumpf aus. Ich glaube ehrlich gesagt kaum, dass Son Goku dem noch irgendetwas entgegensetzen kann. Ich hab keine Ahnung, was du da treibst, aber mach weiter so, Kavla! Schmeiß dich ja endlich raus! Du meine Güte, wie unerfreulich, dass sie in die Enge getrieben wurde, hat in ihr weitere Kräfte geweckt. Goku muss sich wirklich vorsehen! Hm, sie ist schon wieder stärker geworden. Das geht mir auf den Sack, ganz schön lästig. Das mach ich nicht! Es fühlt sich krass! Das war knapp! Goku muss aufpassen, dass sie ihn nicht voll trifft! Die Strahlen sind gefährlich! Das hält sie nicht ewig durch! Ihre gesamte Energie steckt in diesen Strahlen und sie ist irgendwann erschöp... Die Strahlen sind gefährlich! Die Strahlen sind gefährlich! Der Gewebber ist SCHW Und am Schluss noch nicht! Das war's für heute. Siere des Schwuns kannst du nicht ausweichen. Darauf habe ich gewartet. Er hat sich gehört nie! Geil! 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 Geil!